Von wem hat Catherine Schwarzeneggers, 32, Tochter wohl diese Haare geerbt? Die Autorin ist seit 2019 mit Hollywoodstar Chris Pratt, 43, verheiratet. Mittlerweile hat das Paar zwei gemeinsame Töchter, Lula Maria und Eloise Christina. Die Geburt der kleinen Eloise verkündeten die stolzen Eltern erst vor wenigen Monaten. Allerdings haben sie die beiden Mädchen bisher nur selten öffentlich gezeigt. Mama Catherine offenbarte jetzt im Netz, dass Lula schon ganz schön wilde Locken hat. Auf Instagram postete Catherine ein Bild von sich mit Lula auf dem Arm. Während die Zweijährige sich an Mamas Schulter kuschelt, strahlt Catherine in die Kamera. Dabei fällt vor allem die Haarpracht ins Auge, denn über Lailas Schulter kringeln sich wilde Locken. Schöne den Bellen und Like our Video und Share mit deinem Freund und Familie. Vielen Dank für die Zuschauen, danke.